Guten Tag, da sind wir wieder. Ja, ich habe schon wieder keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir waren im Krieg. Ah, ah, ja, schön. Ja, Gott. So, ich muss jetzt mal wieder neu ausschalten. Was will da denn? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Bastion, wa? Äh, ich will dem keinen Krieg mehr. Ne, offensichtlich nicht. Was ich ganz gut finde. Ich habe den, glaube ich, zerschossen. Ja, genau, der ist auf dem Rückweg. Und das ist endgültig eine Sackgasse. Eta Aquariari. So. Hm, heißer Stern. Können wir zurückfliegen hier. Hat das jetzt genommen? Ja. Hier ist genau das Krieg am Toben. Ich komme auch gar nicht auf dem Sack, ne? Ich kriege eigentlich noch mal ein Transport-Dingsbums bauen. Ui! Marines, fighting for you. Zack. Ein bisschen overpowered, glaube ich. Ja. Was? Ich habe, glaube ich, kein Transportschiff, ne? Das ist blöd. Aber eigentlich mal ein paar größere Spotschiffe bauen. Oh, der Planet wird auch langsam voll. Da geht es jetzt so langsam rund hier auch mit der Produktion. Ähm. Ja, genau. Sehr schön. Bitter nötig jetzt. Da können wir nichts bauen. Terraforming können wir nicht. Hier können wir mal Terraform... Ne, haben wir noch keine Technik dafür wohl. Ja, Problem. Ich habe doch irgendwo eine Planetenübersicht hier. Da, zack. Map. Old Planet, so. Sortieren kann ich das hier bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Hier noch AU sortieren. Leute, das kann nicht so schwierig sein. Set Migration. Ach so, dann wandern sie da hin. Wenn der Planet voll ist, dann wandern die da nämlich aus. Ja. Und zwar... Ah, hier geht es. Nach... Shipyard Capacity. Nein, nach AU. Nein, Quatsch nicht. Industry. Na, da ist aber alle noch weit von weg. Besoffen oder was? Ja, so. Ja. Ein bisschen... Vordermann bringen wir ein Empire hier. Ja. So ein bisschen ein paar Schiffe bauen kann auch. Ja, die bauen immer irgendwie so eine Kacke zusammen, weißt du. Ah, hier ist es schon vorbei. Kannst du nicht so produzieren. Oh, Mobilization Center. Was ist denn das? Sie haben hier... Ach, das ist das Ding da hinten. Okay. Hier. Was ist hier los? Hier muss ich eigentlich rein. Das war ganz vergessen. Ach, sauer. Ich muss eigentlich wieder Kolonischoffe bauen im nächsten. Ich glaube, ich muss ich auch mal besiegen. Sie mag. So, Control. Assault. Ja. Control. Bring's nicht so. Und hier haben wir noch den Bodenkampf auf dem anderen Planeten zu führen. Und neue Milizen ausgehoben. Ja. Dann hilft das nichts. Keine Ahnung. Dann werde ich wahrscheinlich verlieren auch. Wir haben sie aus der Unterstützung, Herr. Die Wahrnehmung haben wir uns klar, General. Es wird nicht lange jetzt. Das ist ja wie gesagt schon das zweite Jahr, was wir hier kämpfen. Commander. Our forces have advanced deeper into enemy territory. Territory? Der ganze Planet gehört denen. Ach, scheiß Milizen. Ja. Erford better than the building. Two regions, genau. Äh. Das System jetzt kaputt gemacht. Sieht aber aus. Ich kann auch mal nächste Runde machen. Da geht das wohl schon alles wieder. Nrush, Land, ja. Nö. Da greifen wir direkt an. So. Mal mit der Ende-Taste ein bisschen rumscrollen hier. Wo ist der Drecksack? Hm. Das kommt doch, wenn man es so spät findet. De, 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 de. Er muss sich mal niesen. Ja, dann ist ja echt die Schnatze voll. Ja, komm, alles. Gib alles. Ein bisschen mehr. Also können wir mal versuchen zu flanken. Ich glaube, ich habe mich nie richtig auseinandergesetzt. Ich mache auch noch irgendwas. Oh ja. Sehr gut. Was? Was ist denn nur elf? Was ist denn nur elf? Victory ist praktisch, Sir. Du siehst, das sind zu viele, es sind zehn. Soweit kann ich nicht zählen, Chef. Endshaft. Ah. Aha. Fünf. Zwölf. da kommen noch mal gut dann kommt das mobilisierungscenter dann haben wir auch irgendwie auch mal irgendwie ja sehr gut was ist das für ein kasper mobilisierungscenter gebaut glaube ich ja ich will ich aber hier noch mal system cool nicht bauen ja mietze katze was hast du denn ja war es so schlimm manchmal ist ein bisschen dumm das vergessen naja nur warum soll es mit produktionskraft haben was auch die technik technik sagt wir haben gleich regerns das ist ja voll interessant tschüss Ah, dann gehen wir auf die Klötze da oben. So, jetzt kommt der Nahkampf noch. Das sind wieder mehr geworden. Master Sold. So. Oh, oh, oh. Shit, ich hab noch mal verloren. Haben sie mich gerade vertrieben. Okay. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Riecht es gerade nach Farbe irgendwie. Das ist ja ganz ungewöhnlich. Naja. Wunderschön. Da wandern schon Leute aus. Und das, was da an den Netzeinkommen erzeugt wird, kann ich Set to Migration setzen in meiner Kolonizinansicht und dann wandern die da alleine aus. Das ist ganz praktisch, wenn man ein Planet hochkriegen will. Na, Planet. Not nur, was da ist. Und das ist ja richtig. Das ist ja ganz ungewöhnlich. Okay. Ich will das jetzt nicht mehr machen. ich brauche mehr Werftkapazitäten so wesentlich mehr Ah Was Okay Jetzt kommt er da auch noch an Und in Simak da Da muss was passieren Ja ist ja gut Ach guck Wo war denn das eben Aufschreiben soll Du sollst ja einfach mal merken Hätt's ja auch getan Ah Ist ja klasse Centro di mobilisation Bauch ein bisschen langer Kann ich bis Runde 100 mal so durchklicken Ach alter Nee erstmal wollte ich den anderen vertreiben Das ist schnauze vollkommen Das wird ja hoffentlich klappen Mit einem Pack und einem Wave glaube ich Oder irgendwie so Oh ja das geht aber mächtig auf die Fresse hier Oh jetzt kommen die mit in der Kampf Auf'm an Ah so verliebt sogar noch Das ist ungut ist das Oh 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 Ist auch größer als meine Ja Jo Da hab ich mal den Kontin kürzeren gezogen Obwohl jetzt auch der Punkt erreicht ist Wo so seine Schilderorten sind Da gibt's immer so ein bisschen Auf die Fresse Jo da sind Das war ne flotte Asche Äh ja Das ist nicht so gut Ich denke dass alle noch Reisefähig sind Also Starships Also Das sind zwei Das war's Was Ja Ich habe Ich bin